Du sprichst in Spanien. Du sprichst in Spanien, nicht wahr? In Serio? Wie kann ich mich nicht sagen? Wie kann ich? Ich bin sehr schön in Arabisch. Du bist in Brasilein, oder? Ich spreche Deutsch. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ich spreche Italien. Nein, nein. Ich bin sehr gut, dass ich meine Frage habe. Hallo. Oh, hallo. Ich habe noch niemanden getroffen, der so viele Sprachen spricht. Wow. Die erste, die so viele Leute wissen. Ich weiß nicht. Du kennst Russisch? Ja, ich spreche Russisch. Was? Hallo. 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 Du bist sehr japonisch. Danke. 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 Vielen Dank. Wie? Ich weiß, was du kennst. Französisch? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Englisch, Spanisch, Französisch, Portugalsisch, Indonisch, Arabisch... Niemalsisch, Tweedisch, Kitasisch, Taisisch. Taisisch? Du bist so schön. Danke, du bist sehr schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Hallo. Wie geht's dir? Ich bin gut, wie geht's dir? Gut, danke. Wo sind wir? Wir sind von Frankreich, wie geht's dir? Frankreich? Oh, ich bin von Japan. Von Japan, wirklich? Ja wirklich, ja. Du bist in Paris? Nein, wir leben in Bordeaux. Ah, Bordeaux. Wien. Ja, Wien, die Wiener Stadt. Ja, Wiener Stadt. Niemals sind toll. Oh, danke. Du bist auch echt toll. Oh, danke. Deine Stimme ist französisch. Nein, nicht mine. Nein, aber meine Stimme ist französisch und französisch. Minu ist spanyolisch. Spanisch. Oh, du bist spanyolisch? Ja. Du bist spanyolisch? Du bist spanyolisch. Du bist spanyolisch ist echt. Ja, wirklich? Ja, wirklich? Ja, wirklich? Ja, wirklich? Du hast ein sehr guter acennen! De wann du sprichst espanol? Ich war in Spanien, dann. Ja, in Spanien? Ja, wirklich! Ich war in Spanien. Ja, in Spanien. In Spanien. In Tarragona. In Tarragona? Ja, in Tarragona. Ja, ja. Ja, wirklich cool! Ja, wirklich cool! Ja, aber du sprichst es sehr gut. Wie du sprichst? Ja, vielen Dank. Fabian ist von Venezuela und ich habe Spanien in der Schule. In Franck, wir haben Spanien. Aber du sprichst es wie Spanien. Ah, wirklich? Ich bin Spanien, aber sie ist ja. Ja, sie ist von Venezolana, aber ich habe Spanien. Ja, du sprichst du sprichst. Du sprichst du sprichst. Ja, vielen Dank. Wow, madre mía. Du sprichst du sprichst du sprichst. Du sprichst du sprichst du sprichst. Danke. Wie lange hast du in Spanien? Ah, sechs Monate. Seis... Solamente sechs Monate? Solamente. Solamente sechs Monate. Ah, die Füder machen wir! Sie sagte, du bist du Spanisch, du bist so gut! Oh, danke! Du sprach Spanisch, Japan... Ich meine, in Graschen und... Du sprach Spanisch, Englisch, Spanisch und Tabi sprach Portugies. Und ich sprach Italien. Ah, du sprach Italien! Was?! Nein, nein! Auch du sprach Italien! Jetzt bin ich Sprach Italien, aber ich bin nicht gut. Oh, das ist toll! Oh, das ist toll! Ich spreche Italien! Ich spreche Italien, aber ich spreche Italien. Ich spreche Italien, aber ich spreche 3 Jahre. Ah, 3 Jahre? 3 Jahre, ja. Oh, wie viele Linden sprechen? Ich spreche Portugies, auch. Oh, nein! Spanisch und Portugies sind ähnlich. Ja, Spanisch und Portugies sind ähnlich. Das ist warum ich es auch sprechen. Ich spreche Italien. Ich spreche Italien. Ich spreche Italien. Ich spreche Italien. Oh, das ist ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Und das ist alles? Es ist so smooth. Oh, wirklich? Oh, ja, ja. Du sprichst auch? Oh, ja, ja, ja. Ah, ja, ich spreche auch. Was? Nein, du hast du gesagt. Ich habe lange gelernt, ich habe noch studiert. Das war das erste Mal, ich habe gelernt. Ja, ja, ja. Gleich logarith Tag. Die Chegequently noch fl fällt es inكنs caten zum Rover. Das ist nicht jetzt interessiert. Ja, 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 ja. Bis zum Patrick glasses. Ich bin schon! Bis zum Patrick glasses. Ich bin schon Ramen, Wow 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 bravo Merci Wow toi aussi Mais j'étais trop shocked quand tu parles espagnol c'était absolument parfait Ah ouais c'est vrai ? Oh merci Fabi, tu viens de Venezuela donc Elle c'est vraiment sa langue maternelle Elle a vraiment grandi avec l'espagnol Moi je suis née là bas Mais en vrai je parle bien espagnol grâce à Lily Si je parlais pas, je pense pas que ce jeu L'anglais t'as appris comment ? Moi je suis à moitié, enfin ma mère est anglaise Ah wow, c'est cool ça C'est pour ça C'est cool hein ? Ouais Non tu parles, vraiment c'est impressionnant Merci Tu parles arabe aussi ? Ouais je parles arabe C'est très difficile Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alors, je parles pour les amis Je parles pour les amis C'est envoyé une origine C'est basique Ohhhhh J'ai jamais vu la religion C'est incroyable Bonjour Nein. Bahia. Nein. Minas Gerais. Nein. Santa Catarina. Santa Catarina, ja. Du bist Brasilein, ja? Ja. Na verdade, ich bin Deutsch. Du kommst zum Brasil? Ainda nicht, aber ich möchte zum Brasil visiten. Du bist im Japaner? Ja. Ich will zum Japaner. Ja. Du musst zum Japaner. Ja. Du hast japaner Freunde? Ich? Ja. 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 Dann haben wir viele deutschen Japaner. Ja. 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 Hallo. Wie geht's dir? Great, und du? Okay, danke. Wo wo bist du? Schwesterland. Oh, Schwesterland! Was machst du hier? Ich gehe mit Menschen. Ich kann lernen, zu sprechen. Ich kann lernen, in Englisch. Du war Englisch schon perfekt. Danke. Was ist dein Native-Language? German Ich spreche Deutsch Ja, ich spreche Deutsch Ich spreche Schweizerdeutsch Ja, ich spreche auch Schweizerdeutsch Ich lerne gerade Hochdeutsch Wow, wo hast du Hochdeutsch gelernt? Ich habe auf Internet gelernt Ja, aber ich möchte Schweizerdeutsch lernen Okay, Schweizerdeutsch Unterschiedlich Ja, ich finde es klingt irgendwie aggressiv Aggressiv? Ja, irgendwie schon Zum Beispiel Was soll ich sagen? Keine Ahnung, zum Beispiel typischer Ausdruck Man sagt, man ist ein Schweizer wenn man Hochdeutschle aussprechen kann Hochdeutschle Hochdeutschle Was bedeutet das? Das bedeutet In der Küche gibt es ja so Kästchen Und das ist so ein Küchenkasten In der Küche Interessant Also die Aussprache ist ein bisschen verschieden Ja, genau Sprechst du andere Sprachen? Vielleicht? Ja, ich spreche eben Deutsch Französisch, Englisch, Russisch und Spanisch Oh, okay Vier Sprachen Fünf Wie hast du Französisch gelernt? Französisch lernt man automatisch in der Schule Du sprichst sehr gut Deutsch Danke Ich versuchte deinen Namen sehr schwierig Du machst das gut Danke Du sprach Französisch auch Du sprach auch Französisch? Ja, ich sprach Französisch besser als Allemann Auch auf Internet Ja, das ist das Sehr gut Ich lerne Französisch Ich lerne Französisch Wir haben jeden Tag sechs Stunden Französisch gelernt Oh, Alter Aber irgendwie so gut bin ich immer noch nicht Ich bin besser im Leben als im Sprechen Oh, dein Französisch ist sehr gut Danke Wie hast du Spanisch gelernt? Mein Vater ist halb Kolumbian Und ich lerne Spanisch beigebracht Ja Du sprach Spanisch besser als Französisch oder nicht? Ja, ja Ich spreche mehr Spanisch als Französisch Aber nicht so gut wie Russisch Russisch kann ich sehr gut Russisch? Ja Aber warum kannst du Russisch sprechen? Mein Vater ist Ich bin Russisch Und ich lerne Und ich lerne Ich lerne Und ich lerne russisch Das ist unglaublich Das ist unglaublich Warum du sprachst in Spanisch? Ah, Scheiße Hier geht es wieder Ich spreche auch Was? Du sprachst auch Du sprachst auch Sprachst du sprachst Ja Du sprachst auch Du sprachst auch Und du kannst auch Sprachst auch Und schreiben Ja, ich kann Und schreiben besser Wow Klasse Danke Du auch Welche Sprachen sprachst du noch? Ich spreche Arabisch Ja Meine Mutter sprach Japanisch Cool Ich habe noch niemanden getroffen der so viele Sprachen spricht Wow Wie ist das? 16 16 und 15 Oha Oha Amazing Amazing Oha Hallo Hi How are you? I'm good, thanks What about you? I'm great, thank you Where are you from? I'm from Turkey, do you know Turkey? Ah, Turkey I'm from Japan Japan Japan? Yes Oh, you're Turkish I'm very happy I'm very happy Thank you I'm very happy Have you ever been in Turkey? Yes, I'm at Istanbul How did you learn? I'm myself I'm learning I'm very happy How do you learn? Very good but I'm learning I'm very happy I'm not Why did you learn? Because I'm learning I really wanted to talk Ich weiß nicht, aber... Ja, genau. Wie wissen Sie? 9. Ich weiß nicht. Oh, sehr gut. Danke schön. Du bist in der Türkei, nicht wahr? Ja, genau. Ich bin in Istanbul. Oh, ich bin sehr gut. Ich bin in Istanbul gekommen. Ja, ich bin in Istanbul. Ich bin in Istanbul. Ich bin in Istanbul. Ja, ich bin in Istanbul! Ja, ich bin nicht von Istanbul. Ich bin hierherter Angela Merkel. Ihrwehre Ziemültt ist es nicht. Ich bin sehr gut. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, ja. Ein glückliches Sie. Das ist er ein guti. Du bist du so, dass du. Geruarial. Ja, garial field. Ja, ich bin ja noch auf. Ich liebe ich mich. ja geliştirmek istiyorum ja, richtig geleistt ja, danke du willst du doch noch mal wieder? ja, ja, geglaub ich dann im Raum ja, Pastor ja, ich bin du bist du ich nicht sagen ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin Ich bin ein Kahn. Ich bin ein Kahn. Kahn, ich bin ein Kahn. Ich bin ein Kahn. Ich bin ein Kahn. Ich bin ein Kahn. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Du bist ein Jäbenes? Ja, ein wenig. Amazing. Das ist das. Ich bin jetzt in Japan. Ich bin ein Heinrich Tag. Wie viel beglebt? Ich bin ein Kahn. Er ist ein Kahn. Wunderbar. Ich bin ein Kahn. Was habe ich euch schon? Auf hohe, auf jeden Fall. 6 Monate. 6 Monate? 6 Monate nicht. 6 Monate? Ja. Was ist das? Was soll ich? Natürlich Das ist so schön in Japan. Er ist so schön. Er ist so schön in Thailand. Ich bin sehr schön. Ich bin so schön mit Ihnen. Ich bin sehr gut, die ich als Japaner. Ja, wirklich gut. Ich kann es nicht sagen. Es ist es für mich. Es ist für mich. Es ist für mich. Ich kann es für mich. Ich kann es für mich. Ohi. Ah. Ohho. Oh, so so. Ohi. Wie kommt ihr? Mit ihr? Make-up. Make-up. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich bin gerade der Muttiin. Schön. Die Art nach oben. Hi, Thai, und ich bin der Watar-Tamm. Das ist der Watar-Tamm. Geht's das. Ist derzeit schon ein paar Meistungen? Derzeit. Das ist die Stadt. Was ist das? Ich bin. Los. Es gibt noch ein paar Punkte. Ka-zu. 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 Zu. 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 Ka-zu. Ich habe zu nicht anders. Ich habe keine Duöse. Thais hat es wohl auch. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es auch mit meinen Taten. Ah, das ist ja. Ich kann es sagen, dass du nicht nur in einem Taten bekommst. Warum bist du so gut? Warum hast du so good in Taten? Ich kann mich über die Taten noch nicht beantwollen. Ich kann auch die Taten noch nicht beantwollen. Ich bin auch bei den Jungen immer noch dabei. Genau! Hallo! Hallo. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Japan. Oh, I'm from Russia. Ah, cool. Konnichiwa. 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 Genki desuuka? Genki desuuka? Genki desuuka? Genki. You're Japanese? A little bit. Nihongo ga suki desu. Oh, amazing. You know something in Russia? Ah, can you teach me? What do you want to learn? Hajimemashite. Ah, nice to meet you. It's nice to meet you. Prijatno poznakomitsa. It's difficult. Okay, okay. Prijatno. 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 Paznakomitsa. Paznakomitsa. Oh, that's great. Prijatno poznakomitsa. Oh, you're like Russian. Wow. You know it, yeah? NANI? What do you say? You know Russian? Well, I teach Russian. Ah, you're a stupid guy. No, I'm just kidding. How long do you teach Japanese? I teach Japanese? I just did a little bit, but then stopped. And now I'm trying to remember again. You teach Japanese? You teach Japanese? Ah, yeah. Ah, yeah. Good. That's great. Thank you. Thank you. Thank you. What's your hobby? What's your hobby? What's your hobby? To learn other languages and travel. Oh, I also love it. And that and that and that. And you're from what kind of city in Russia? Moscow. Moscow? And you? Do you know Nagoje? Ah, Nagoje. Yes, I understand. Do you know? Yes. Well, I learned the map when I learned Japanese. Wow. You know everything. Geography. Music. That's great. Oh, so cool. Oh, so cool. Do you know Russian, English, Japanese? Yes. Well, a little bit of Japanese. And now I'm learning Spanish and Arabic. Is... Arabic? Arabic? Yes. I'm learning Arabic. I'm learning Arabic. Wow. Wow. And why did you learn Arabic? I just decided, why not? Why not? Why not? Wow. Wow. And what accent did you choose? So, Arabic has different accents. Yes. Oh, Syrian. Syrian. Oh, wow. I know. Egyptian. Oh, Egyptian. Egyptian. Oh, Egyptian. Oh, say something. Egyptian. Oh, it's similar to Arabic. Oh, it's similar to Arabic. Yeah. Oh, it's similar. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Maybe you know Spanish? Oh, shit. Here we go again. I'm learning Spanish too. Oh, great. You are the first one who knows so many languages. You're the first one who knows so many languages. Thank you. What else do you know? Ah, I know in French and Portuguese. Because it's very similar. Ahh, right. I learned a Korean language too. I learned in Korean. I was writing a Chinese language so it was like, hello. Hello. Hello? Hello? Ja, aber du kennst du das in der Kirche, nicht Hangkai? Hangkai? Ah, du bist sehr lieb. Ja? Wow! Cool! Wow, echt cool! Aber du kennst dich aus Spanisch? Spanisch? Ich habe auch einfach gelernt. Cool, du kennst dich viel lernen. Du kennst dich viel lernen. Und ich dachte, du musst dich lernen. Du kennst dich in anderen Sprachen? Ja. 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 Es wäre toll, wenn du kennst dich, wenn du kennst dich. Und du kennst dich. Und du kennst dich. Ja. 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 Ich glaube, dass wir ein bisschen anders sind. Ja. 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 Meinden. Ja. 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 Das ist dein Dennis nochher. Ja. H� truly. Also, ich glaube, es muss am 쉬chsten schreiben. Mein комментарぁ! Aha! H secs! Das Comit pour mich. Na Martin! Uma der dieseseggenz…. als im letzten Jahr. Ah, ich habe mich so schnell gelernt. Danke. Ich schreibe! Russisch ist mein Lieblingsbuch, auch Arabisch. Arabisch, Russisch... Ich liebe mich. Arabisch ist ganz anders. Wenn, in Spanisch, Englisch und Russisch irgendwelche Sprache sind, dann gibt es diese Sprache, dann gibt es die Sprache, wo es die Sprache gibt, dann gibt es die Sprache. Das ist anders. Ein. Ja, ja, ja. Ist das für dich ein Hobby oder ist das ein Hobby? Ja, ein Hobby. Ja, ich liebe mich mit Menschen. Oh, ich auch. Ja, ja. Du hast auch ein Positiv. Oh, ja. Du hast auch. Danke. In der Zeit, mein Freund war in Moskau. Ja. Und wie? Ja. Er ist sehr lieb, die Russische. Er spricht sehr gut. Er spricht gut. Er spricht gut. Er ist in Brasilien. Er ist aus Brasilien. Er ist gut. Wie haben Sie sich? Auf der Internet. Er ist gut. Der Mann ist auf der Wirtschaft. Ja. Das ist so gut. Und wenn es noch nicht nur in der Zeit ist, Ja, das ist wichtig. Ja. Ja. Es gibt übrigens auch. Es gibt übrigens nur noch Regaliert. Ja. Danke. Ich bin sicher. Ja. Ja. Das war also. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020